In fast allen Berufen und Tätigkeiten habe ich früher Persönlichkeitstests gemacht. Bei der Armee, zur Einstellung, bei der Kriminalpolizei, zur Einstellung und auch im Vertrieb einen Persönlichkeitstest nach dem anderen. In über 20 Jahren habe ich also zig verschiedene Persönlichkeitstests kennenlernen dürfen und habe mich persönlich für den Bürgmann-Test entschieden, weil ich ihn persönlich für den weltweit besten halte. Und in diesem Video zeige ich dir warum. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin nicht nur Coach und Berater, sondern auch zertifizierter Persönlichkeitsanalyst mit der Methode Bürgmann. Das heißt, ich habe nicht nur die Tests mehrfach durchlaufen, sondern auch die Ausbildung, um mit dir und anderen eine Auswertung zu machen. Und seit vielen Jahren mache ich also die Auswertung mit Einzelpersonen, mit Paaren, mit gesamten Teams. Und der Mehrwert ist enorm. Die Menschen sind erschrocken, dass sie sogar das, was sie gar nicht wahrhaben wollten, aber wussten, dass es da ist, sichtbar gemacht wird. Und das ermöglicht es zu versprachlichen. Das ermöglicht, daran zu arbeiten und sich weiterzuentwickeln und auch die Berufung zu finden. Der erste große Mehrwert, den der Bürgmann-Test liefert, den kaum ein anderer Test weltweit abbildet, ist die Frage nach deinen Bedürfnissen. Also wie und wo bist du groß geworden? Was brauchst du, damit du dich sicher fühlst? Und da ermittelt der Bürgmann-Test elf verschiedene psychologische Bedürfnisse. Und die können bei uns Menschen ganz unterschiedlich sein. Aber sie sind allesamt entscheidend, damit du in einem ressourcereichen Zustand bleibst und deine Stärken einsetzen kannst. Also das wirklich auch umsetzen kannst, was du drauf hast. Der zweite große Vorteil ist, dass der Bürgmann-Test sichtbar macht, was deine Stärken sind. Und dazu werden insgesamt elf verschiedene Stärken abgebildet. Und das Ganze wird abgerundet durch weitere Führungsstile, durch deinen Lernstil, aber auch, wie du persönlich in einer sozialen Gruppe mit Kompetenzen auftrittst. Der dritte große Vorteil des Bürgmann-Tests ist, dass er sichtbar macht, wohin es mit dir am besten gehen sollte. Das heißt, was dich wirklich interessiert, wo deine intrinsischen Kraftwerke dir Energie geben. Also was macht dir Freude und was führt eher bei dir zu einem Bore-Out, also zur Langweile. Und der Bürgmann-Test macht auch sichtbar, worauf du deinen Fokus richtest und wie du Probleme löst. Und der vierte große Vorteil ist, dass dein Test verglichen wird, anonym verglichen wird, mit über vier Millionen Testdaten. Denn dieser Test wird nicht nur in der amerikanischen Armee bei der Pilotenauswahl, bei der Astronautenauswahl, bei der NASA, sondern weltweit im Management eingesetzt. Das bedeutet also, dein Testergebnis wird verglichen mit über vier Millionen Testergebnissen und herausgefunden, wo die meisten Menschen in der Wirtschaft untergekommen sind, wo die meisten Menschen in ihrer Berufung gefunden haben. Und das gibt dir mit fünf Empfehlungen eine ganz klare Richtung, wo auch du sehr wahrscheinlich deine Berufung finden wirst. Und auf der Basis dieser über vier Millionen Studien, die Bürgmann in über 90 Jahren angelegt hat, wird dein Profil noch auf ein sicheres Fundament gestellt, nämlich das sogenannte Anti-Stress-Handbuch. Und dieses Anti-Stress-Handbuch basiert ganz genau auf deinen Ergebnissen des Tests im Hinblick auf deine Bedürfnisse. Du kriegst also einen echten individuellen Leitpfand an die Hand, wie du dein Leben umgestalten kannst, sodass deine Bedürfnisse tatsächlich auch befriedigt sind. Du kriegst also Handlungsempfehlungen, du kriegst Notfallkoffer, du kriegst Vorsorgeempfehlungen, wie du dein Leben in Zukunft so führen kannst, dass du nie wieder in Stress kommst. Und selbst wenn du tatsächlich in eine stressige Situation kommst, da bist du aufgrund deiner vollständig gefüllten Bedürfnistanz resilienter, also widerstandsfähiger. Und damit bleibst du entscheidungsfähig und damit bleibst du handlungsfähig. Und auf Wunsch gibt es tatsächlich noch mehrere Möglichkeiten, diesen Test zu erweitern. Du kannst dich entweder mit deinem Geschäfts- oder mit deinem Lebenspartner gemeinsam matchen. Du kannst ein gesamtes Team matchen. Und es gibt sogar ein Zusatzhandbuch, was sich ausschließlich mit dem Thema der Spiritualität auseinandersetzt. Wir persönlich empfehlen allen unseren Kunden, diesen Test zu machen, wenn sie es selbstständig machen. Einfach zu erfahren, dass kein Mensch alles kann, dass niemanden alles interessiert, sondern dass wir alle auf Ergänzung ausgelegt sind. Und mit diesem Test machst du das sichtbar. Deshalb lade ich dich jetzt ein, Gebrauch zu machen von einem kostenfreien Erstgespräch, um weitere Fragen zum Ablauf, Preis und Umfang beantwortet zu bekommen. Gerne aber kannst du jederzeit auch sofort einen Test bestellen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann like jetzt mit Daumen hoch, abonniere unseren Kanal und mach auch du zeitnah deinen Test, entweder alleine oder mit deiner Partnerin oder deinem Partner oder deinem gesamten Team, wenn du bereit schon Unternehmer bist oder kurz davor bist, es zu werden. Direkt unter dem Video findest du einen Link, über den kannst du entweder das kostenfreie Erstgespräch buchen oder du kannst gleich eine Angebotsanfrage starten. Und vielleicht hast auch du schon bald deinen persönlichen Test in der Hand, mit dem du genau weißt, was deine Bedürfnisse sind, was deine Stärken sind und wo es am besten mit dir hingehen sollte und wo du in deiner Berufung auch tatsächlich abgebildet und richtig positioniert bist. Und das Ganze findest du basiert dann auf deinem Antistressanbuch, auf das du ein entspanntes und ein gutes Leben leben wirst.